Ja, die schauen sehr robust aus. So fleischig, du fleischig. Meine Güte, nein. Jawohl, wie geht's? Bist du hier da? Wie geht's? Jawohl, wie geht's? Ich denke, wenn die auf die Welt kommen, sind sie vielleicht so groß wie ein Meerschwein. Und dann werden sie so groß. Die haben ja dadurch, dass sie so die Fülle gehabt haben, da gibt es ja so eine Wachstumstabelle. Und sie sollen innerhalb von 10 Tagen ihr Geburtsgewicht verdoppeln. Und die haben innerhalb von einer Woche ihr Geburtsgewicht vervierfacht. Uiuiuiui. Uiuiuiui. Du Teddybärl. Aber das ist ein schöner Kerl. Ein schöner Kerl. Gell? Ganz schön. Hahaha. Wie geht's? Super. Ich liebe dich. Wie sagt das? Das ist auch Wahnsinn. Der ist ein Hammer. Ja, ja. Der ist ein Hammer. Schau. Hoppala. Was hast du denn gemacht? Kupferkorn. Das geht nicht. Der ist ein Hammer. Der ist ein Hammer. Der ist ein Hammer. Bist du Demper, der ist ein Hammer. Und der hat schon die Pappen gehofft mit dem Bullen. Schau dir das an. Ich glaube, dass die Palle fühlt zu groß an. Dass er es gar nicht reinkriegen ist. Aber siehst du? Schau. Du gehst ja durch die Gegend. Du. Geht's. 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 Wir sind schon wieder da.